Er macht mal wieder das Speichern schon wieder, Bammel. So, Monsterhöhle ist vernichtet. Ach, Wissensschriftrollen, ja. Pumpen wir mal zwei in dich rein. Und eine in dich. Und wir haben Steine. Oh, I have contacted you. We're ready. Fall in. Ich will nicht schon wieder meine Magierin verlieren. Da können wir gerade den Quicksave testen. Okay, es ist noch alles da. Kämpft und beschützt. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Das ist meine Chance. Oh, oh, I have contacted you. Yes. You have convinced me. The master Enchantress is here. So, dann warten wir mal kurz bis... This works better than I do, although he is already dead. Unsere Zauber etwas besetted haben. Yes. Yes. For the Queen! To the attack! Yes? Yes. Your instructions. So, das scheint etwas besser zu klappen. We await our instructions. We are ready. Yes? I know this place. Angreifen, nicht hinlaufen. To the attack! So. Oh. As you please. It's important not to make a sound. As you please. Yes? It's important not to make a sound. We are ready. You have convinced me. We are ready. As you please. Do you call for me? It won't. I'm coming. As you wish. As you wish. Zwei Wissensschriften. It won't. It won't. I'm coming. I'm almost there. I'm almost there. And that with the gold on fire. I'm almost there. I'm coming. I'm coming. I'm coming. I'm coming. It won't. Äh. Nie. Nie. Hm. Dann gebe ich die zweite. Hm? Hm? This works better than I do. This works better than I do. Although he's already dead. It won't. It won't. So. Wenn ich sie nochmal dahin schicke, sollte sie die restlichen Steine auch aufsammeln können. I'm coming. I know this place. Ugh. It's important not to make a sound. I know this place. Let's move. Stiefel vom Wolfsgrube. Ja. Geisteraule. Und ihr habt nichts neues. Okay. 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 Und ja, ich mache ein bisschen erstmal die Nebenquests. Und ja, ich mache ein bisschen weiter. So, ein Heiltrank ist abgegeben. So, kein neuer Auftrag hier. Das ist Elios. Kein neuer Auftrag hier. Und auch kein neuer Auftrag hier. Hier ist übrigens auch noch eine Geisteraue. Hier sind besondere Orte. Also, diesen Bereich hier. Den sollte ich später erst angehen. Hier ist auch eine Geisteraue übrigens. Also, Naturknoten. Aber der scheint nicht mal feindlich zu sein. Dann gucken wir mal, ob die Geisteraue hier gefährlich ist für uns. Ja, also in der Geisteraue gibt es Gegner. Ja, also in der Geisteraue gibt es auch noch eine Geisteraue. Und das wird gegen die leider nichts bringen, weil sie immun gegen Magie sind. Und das macht diese Geisteraue, also die kleinen Feen wirklich zu lästigen Gegnern. Kettenpanzer, Mana-Tank. Hier könnten wir Holz sammeln und hier ist auch, glaube ich, noch eine... Ja, Wolfsgrube. Ein paar Wölfe sollten nicht so gefährlich sein. Vor allem, wenn ich die Hälfte vorher töte. Ja. Deine Instruktionen. Ja. Ja. Ich hab nichts gesagt. Oh Gott. Ich hab nichts gesagt. Ich komme. Ich bin fast da. Als du möchtest. Ich komme. Als du möchtest. Die Hälfte. Ja. Wir erwarten unsere Instruktionen. Was würdest du mir machen? Fall in. Ich weiß, dass wir es tun können. Wir können es zusammen machen. Ja. Es ist wichtig. Es ist wichtig, dass wir einen Sound machen. Es ist wichtig, dass wir einen Sound machen. Lass uns gehen. Wir erwarten unsere Instruktionen. Ja. Deine Instruktionen. Ja. Deine Instruktionen. Wir werden langsam ein bisschen fallen. Lass uns gehen. Die Enchantress ist hier. Wie du möchtest. Ja? Ich weiß, dass ich das Ort. Es ist wichtig, dass wir einen Sound machen. Wie du möchtest. Wie du möchtest. Was? Wie du möchtest. Willst du mich ums? Ich komme. Es wird nicht. Es wird sein. Entfernen! Wie bitte, verz? Wie bitte, verz. Wie bitte, verz. Wir sind alle voll. Ja. Es ist wichtig, sich keinen Sound machen. Es ist wichtig, sich einen Sound machen. Dann würde ich vorschlagen, wir gehen jetzt zu Elios zurück. Wobei gehen wir erstmal nach Pyranon. Kein neuer Auftrag da, kein neuer Auftrag da. Aufträge, Mannertrank, Schriftrolle, Stiefel, Kettenpanzer. Hm. Deine Instruktionen. Wie gesagt, in dem Bärenlager gab es keine Feuerbeischriftrolle mehr. Also, ein bisschen das Zeug verkaufen, das will ich nämlich alles in Pyranion verkaufen. Und nicht in Elios. Dann die Stiefel abgeben. Und dann sehen wir weiter. Okay, wir sind in der Stadt angekommen. Oh, eine Wissensschriftrolle, eine neue. Die können wir gerne nehmen. Steine und Holz weg. Noch mehr Steine können weg. Nahrung, Holz, Holz. Wobei, Holz können wir bei den anderen verkaufen. Wir erwarten unsere Instruktionen. Dann gehen wir noch die Stiefel ab. Ein imperialer Außenposten wird wahrscheinlich nicht viel Holz. Doch, der hat auch ziemlich viel Holz. Naturpanzer. Wem habe ich jetzt die Stiftrolle gegeben? Enchantress Missing hat die nächste Stufe erreicht. Also, Stiefel sind abgegeben. Das heißt, wir machen jetzt hier mal ein normales Save. Das erste in dieser Mission. Das ist dann Let's Play 011. Speichern. Und dann mache ich jetzt hier einen Cut. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay.